Heute geht es um Erziehungstipps für deinen Hund. In deinem Haushalt ist nichts mehr vor deinem Hund sicher. Er knabbert alles an, zerstört Kissen, nagt am Sofa und plündert sogar Mülltonnen. Das ist ärgerlich und kann deinen Hund sogar in Lebensgefahr bringen oder gesundheitliche Schäden zuführen. Der erste Schritt ist herauszufinden, wieso dein Hund alles anknabbert. Den Hund einfach auszuschimpfen, führt nie zum Erfolg und bringt auch kein gutes Ergebnis. Ursachen für das Knabbern bei Hunden kann vieles sein. Zum Beispiel mangelnde Aufmerksamkeit oder Langeweile. Aber um eins vorab zu sagen, das Knabbern bei Hunden ist eigentlich etwas ganz Natürliches und auch nichts Schlimmes. Steht hier. Wenn es sich dabei um Welpen und Junghunde handelt, kann zum Beispiel die Ursache ein Zahnwechsel sein. In dieser Zeit knabbern junge Hunde alles an, was ihnen zwischen die neuen Zähne kommt. Für häufiges Knabbern kann aber auch ein Hungergefühl verantwortlich sein. Vor allem bei Welpen muss man darauf achten, dass Welpen regelmäßig Essen bekommen. Das Hungergefühl kann auch bleiben, selbst wenn der Hund gerade erst gefuttert hat, da der Magen einfach noch nicht so schnell arbeitet. Denkt einfach daran, dass ein junger Hund fünfmal am Tag eine Mahlzeit braucht. Und dann kann das Knabbern auch schon ein Ende haben. Ist dein Hund sehr ängstlich oder sehr personenbezogen, dann kann das ein weiterer Grund sein, wieso dein Hund alles anknabbert. Zum Beispiel Trennungsängste und Trauer, wenn man ihn verlässt oder einfach zur Arbeit fährt, kann verursachen, dass der Hund aus Trauer alles anknabbert und sich dabei wohler fühlt. Stress wird als Grund oftmals unterschätzt oder erst gar nicht erkannt. Allerdings kann zum Beispiel der Hund durch Umwelteinflüsse sehr gestresst sein, dass er aus Verzweiflung anfängt, an allen möglichen Sachen zu knabbern. Wenn allerdings gar nichts mehr hilft und du einfach nicht herausfindest, wieso dein Hund alles anknabbert, dann wende dich an einen professionellen Hundetrainer, der sich mit der Psyche deines Hundes auseinandersetzt und versucht, die Gründe herauszufinden und zu bekämpfen. Ob du deinem Hund Alternativen anbietest oder mit speziellen Hilfsmitteln gegen das Knabbern ankämpfst, beobachte immer den Hund, was er mag und was ihm überhaupt gar nicht gefällt und somit ablehnt. Es gibt auch weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel Produkte von Green Hero, die gegen das Knabbern wirken können. Knabber-Eggs ist zum Beispiel ein Produkt dafür. Knabber-Eggs ist ein flüssiges Produkt, was auf Gegenstände draufgesprüht werden kann, um dem Hund das Kauen und Knabbern an Gegenständen abzutrainieren. Dabei musst du nur darauf achten, auf welchen Untergrund du das Produkt sprühst. Zum Beispiel auf Sandstein oder unbehandeltem Holz kann es in dem schlechtesten Fall Flecken hinterlassen. Um das ganze Thema zusammenzufassen, Knabbern und Kauen auf Gegenständen bei Hunden ist ein ganz normales Hundeverhalten. Trotzdem musst du deinem Hund antrainieren, was er anknabbern darf und was er nicht darf. Zerstört der Hund jedoch beim Knabbern all mögliche Dinge oder kommt es seinem übermäßigen Rahmen vor, dann kannst du davon ausgehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Hier hilft nur Geduld und eine Erforschung der Ursache. Denn jeder Hund ist individuell und es kann unterschiedliche Ursachen haben, wieso er knabbert. Alles andere findet ihr bei uns im Blogartikel und könnt es gerne nochmal detaillierter nachlesen. Gazik! B gnabbert! Bep! Bets! Bep! Vielen Dank.